Patrick Sleifert Ja natürlich, wir wollen am Freitag schon mal gleich den Ton angeben und die drei Punkte aus Isolon entführen und natürlich am Sonntag mit Unterstützung von unseren Fans hier zuhause natürlich die sechs Punkte wochen und komplett machen. Wie wichtig ist die Unterstützung eurer Fans? Die ist natürlich sehr wichtig, wir haben die Fans immer gern bei uns im Rücken, das spüren wir natürlich auch wenn die hinter uns stehen und das macht noch gleich viel mehr Spaß für unsere Fans zu spielen.